Und wir haben die Eiswärter erreicht. Und jetzt ist das ein Herz da. Moment, warum sind die jetzt Herzen? Moment. Das will ich jetzt schon herausfinden. Ich glaube, wenn wir es einmal geschafft haben oder so, kriegen wir jetzt hier so andere Dinger. Oh, guck mal, das ist neu. Und? Ah. Ich habe sehr früh gedrückt. Also, wenn, hätte ich sogar noch den zu frühen kriegen sollen, als den zu spät. Naja, ohne Logik. Werden sie ein Leben dafür bekommen, laut Hintergrund. Aber interessanterweise gibt es das, weil wir es jetzt einmal geschafft haben wohl. Okay, das ist die Eiswelt. Das ist auch rutschig und hat diese Viecher hier. So, was auch mal kurios war. Als Kind habe ich mal gedacht, also die haben diese Metalldinger über sich. Die lassen irgendwie mit Magnetismus schweben oder so. Das habe ich als Kind gedacht. Aber, toll. Dann später, durch die Niesbremorger-Spiele, hat sich dann herausgestellt, die pusten die hoch. Weil da gibt es auch so eine Luftanimation. Oh, knapp. Scheißegal, was ich gekriegt. Okay. Schlimm. Also, besser was anderes. Dann brauche ich mich nicht drüber größer aufregen. Da ich gleich im dritten Level nämlich keinen Stern mehr kriegen werde. So, aufs ans Karten spielen. Okay. Ich weiß nicht. Hier war, was war denn hier drin? Ein Stern war da drin. Okay, gut zu wissen. Der Stern ist immer unten links. So, hier war entweder das One-Up drin. Ja, war es auch. Nein. Das ist ein Luftlevel hier. Ja. Tatsache. Luftautoscroller. Okay, danke. Roger. So was sagt man, ne? Ich schalte mich mal vor, er kennt einen Roger. Der Typ, der so heißt. Das wäre voll die Ehre für diesen Mann. Ich glaube, er würde vor Glück weinen. Okay, wir schießen in die Höhe. Ich weiß nicht, wie ich das schneide. Boah, hier gibt es viel Geld. Aber kriege ich das hin, pro Part eine Welt zu machen? Das weiß ich gar nicht mal. Das weiß ich, also das kann man natürlich ja sagen, nachdem ich den Spaß hier geschnitten habe, und nicht aufnehme. Aber wäre cool. So, links ist Wasser, aber da ist nichts weiteres. So, Überraschung. Oh! Gibst du mir doch mal den Stern? Ist ja interessant. Okay. Okay, wir sind bei 63 Leben. Den Kerl hier will ich noch zerstören. Oh yeah. Oder die beiden Kerle. Das sind immer zwei. Hammer. Ich weiß gar nicht, wofür ich den jetzt brauchen könnte, aber könnte nützlich werden. Zum Beispiel, um da die Röhre aufzumachen. Aber ich habe jetzt keine Anmeldung. Ich glaube, hier waren immer Hammeranzüge drin. Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind die einmal richtig gefarmt habe. Immer gemacht. Also Start, Spiel speichern, Spiel verlassen. Und dann wieder. Und dann immer und immer wieder. Das war voll der Aufwand. Das ist auf jeden Fall das letzte neue Power-Up in diesem Spiel. Aber sehen wir auch noch irgendwann. So, das ist wieder so ein spaßiges Luftlevel. Diesmal kein Autoscroller. War da ein Stern drin? Ich weiß es gar nicht mal mehr. Irgendwas Cooles war da bestimmt drin. Ja, ist gar nicht so einfach. Aber wir haben es. So, hier könnte ich es mal irgendwie verstehen. Ich hatte nicht schnell genug diesen Anlauf. Wollte nicht lang genug diesen Anlauf. Da gibt es keinen Stern für. Aber manchmal kann ich es echt nicht erklären. Ah ja, hier ist diese Plattform. Okay, danke fürs Power-Up, weil ich ihn nicht mal bekommen hätte. Okay, vorsichtig. Okay, ich glaube, dich brauche ich jetzt nicht mehr. Gut. Eigentlich, wenn man es mal streng nimmt. So lang sind diese Levels gar nicht in das Spiel und fällt mir auf. Ich meine, es hat zwar keine Checkpoints, aber vielleicht auch eben genau deswegen. Aber wenn man die eigentlich jetzt einfach durchbeeilt, muss man auch schnell durch. Ich meine, es ist schon vorbei, ja? Okay, das wird natürlich ein bisschen tricky, weil diese Plattformen da sind. Aber nichts, was einem Problem darstellt. Okay. Tarda. Dann machen wir hier den Weg auf. Können wir auch weiter. Okay. So, jetzt ist das hier kein Herz mehr, sondern wieder normal. Ich glaube, es wird erst wieder Herz für mich, wenn ich irgendwas mal hier schaffe. Nope. Okay. Das war eine einmalige Sache, dass ich hier mal binne. Ich finde mal der Boden hier sieht aus wie Zahnpasser. Das war für mich immer so danach aus. Ich glaube, da ist ein One-Up drin. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, eigentlich wäre das Spiel, weil ich die Plattform nehme. Aber ich mache mal hier so weiter. Okay. Klappt auch. So, und hier kann ich jetzt durchrushen. Oh. Nicht so eigentlich. Ach, du Scheiße. Scheiße. Ich wusste nicht mal, dass er mich noch treffen kann. Äh. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, verkackt. Okay. Zumindest insofern verkackt hier. Mist. Also diese Viecher, die sind böse. Die sind sehr böse. Ich wusste gar nicht, dass seine Hitbox mit diesem Feuer noch zählt. So, also. Pilz. Wo haben wir einen Pilz? Nicht da, das. Blume. Pilz. Da haben wir einen Pilz. Yeah. Zehn Münzen. Wo haben wir zehn Münzen? Yeah. One-Up haben wir hier. Okay. Hey, wir haben das Ding gelöst. Unser Inventar ist so gut wie voll. Ist nicht gut. Ist nicht so gut. Oh Mann. Ich glaube, ich sterbe hier. Tatsächlich. Konnte ich irgendwie spüren. So. Wie wäre es, wenn wir mal ein Item hier verballern? Nämlich einen Stern. Dafür sind die Dinge eigentlich da. Ich meine, man kriegt einen Stern am Anfang des Levels damit. Aber außer in so einem Ding hier ist das eigentlich zu gar nichts nützlich. Okay. Zur Belohnung ist noch ein Stern. Tolle Sache. Ey, ey, ey. Das will ich nicht. Okay. Das war nicht Teil der Abmachung. Ich treffe den nie. Das ist echt komisch beim ersten Mal. So. Oh. Das nehme ich gerne an. Ist eine Wolke. Und Mario macht einen Doppel-Wuhu. So. Dann will man den verballert haben. Okay. Das ist ein gutes Power-Up hingegen. Jetzt kommen wir zu einem der fieseren Levels. Und dafür nehme ich mir direkt mal... Ich nehme mir mal direkt einen P-Ballon. Weil... Oder P... Power-Up. Weil... Dadurch mache ich mir das ein bisschen einfacher hier. So. Wir müssen in diesem Level an einer bestimmten Stelle... Also wir laufen praktisch im Kreis die ganze Zeit. Wir müssen an einer bestimmten Stelle hoch. Und zwar nicht die Stelle hier. Hochfliegen. So. Geht natürlich auch mit einem normalen Raccoon-Suit. Das ist jetzt nicht das Problem, aber... Vielleicht das hier mache ich mir das ein bisschen einfacher. Ach ja. Und wir müssen eine Koopasche damit hochnehmen. Sonst komme ich hier nicht vorbei, wie ihr seht. Boah. Das geht voll auf die Ohren, dieses Power. Das ist gar nicht so nervig in Erinnerung. So. Damit haben wir uns das Level angenehmer gestaltet. Auf jeden Fall. Sagt so schnell locker mal easy aus und so. Aber... Ist in Wirklichkeit ein echt nerviges Level. Man muss dafür sorgen, dass man das Power-Up hat. Und dass man es schafft, mit dem Koopa da hoch zu fliegen. Und wenn man es nicht weiß... Dann sitzt man da tagelang dran, glaube ich. Also ich habe damals als Kind, weil ich das auch nicht gewusst habe, habe ich auch lange an diesem Level gesessen. Okay. Das hier ist hingegen wieder ein normales, humanes Level. Mein Fick kann auch oben lang. Aber ich glaube, oben ist eine Sackgasse. Ich weiß gar nicht mehr. Das sind Fische. Tatsächlich Sackgasse. Das ist auch viel Wasser, glaube ich, hier am Level. Oder? Doch. Wie geht es mit dem Wasser los? Boah. Ich habe vergessen, dass ich nicht spinnen darf. Also nicht spinnen kann unter Wasser. Das kann der die Mario hier nicht. Das macht das Flug-Power-Up unter Wasser wirklich nutzlos. In Super Mario World mit dem Cape ist das immer noch gut. Du kannst immer noch alles wegspinnen. Das ist noch ein tolles Power-Up dort. Und hier nicht so. Oh. Ich wusste nicht, dass da einer rauskommt. Ich muss jetzt auf die H-Tattoo einfach. Oh. Ich dachte, ich würde noch drauf vorbeikommen. Okay. Jetzt stehe ich hier ohne irgendwas. Die wollen mir ja ganz schön ans Bein pissen. Hört ihr auch mal auf? Okay. Ich gehe mal. Kein Bock, dass wir irgendwo vorne zu machen. Äh, einer ist noch da. Vorsichtig dran vorbei. Und scheiß auf was habe ich euch hier bekommen. Hauptsache, der wird es geschafft. Ich will ja nicht da tödlich verunglücken. Kurzumzieher, das ist so traurig dann. Also dann. Diesmal wird es was. Nein, diesmal wird es nichts Leben. Ah. Wir haben, glaube ich, alle Variationen hier schon mal durch an Kombination. Oder auf jeden Fall ein Großteil. Let's go! Let's go! Ah, wieder ein Autoschroler. Okay. Okay. Äh, okay. Ja, das nehme ich mal lieber. Fliegen ist schon ein bisschen cooler, ne? Ah, du miese Ratte. Vor allem, denke nicht, er ist weg, nur weil ich ihn nicht mehr sehe. Er folgt mich jetzt so lange. Okay. Also, den wird man, ohne ihn zu töten, wird man ihn auch nicht bloß. Außer er explodiert dann irgendwann. Aber auch das versucht er in meiner Nähe zu machen, um mich schön mitzureißen. Okay, jetzt müssen wir mal schnell hier auch hoch. Ich sammle auch ab und an mal ein paar Münzen hier, weil wenn ich eh nichts zu töten habe, Mache ich das halt. Ich habe ja hier Zeit abzusetzen. Okay. Cool, cool. Bunte Mischung. Okay. Einen Schritt weiter nach vorne, nächstes Schloss. Die Welt, die sich größer geworden, wie ihr gemerkt habt. Eispalast hier. Okay. Da bewegt sich schön langsam. Das ist natürlich nicht, äh, rutschen zu fest und dann ins Nichts fallen. Das ist natürlich auch eine, äh, Sache, auf die man achten muss. Okay. Gehen wir mal, gehen wir mal und... Ach ja, okay. Ich dachte, der Bus würde schon kommen, aber... Manchmal kommt er nach der Tür, manchmal ohne Tür. Okay, erstmal müssen wir ihn hier runterkommen lassen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass er manchmal hinter der Tür erst wartet und manchmal noch im selben Raum halt. Das ist halt auch mal unterschiedlich. Okay. Die Röhren da übrigens, die bringen uns nur zurück, wo wir waren und so, also nix besonderes. Keine Sorge. Oh, das ist ein cooles Level. Ne, ne, das ist nicht das Level, was ich meine, oder? Ich dachte, das ist so ein Star Rush Level. Doch, ist es. Aber ich hab's verkackt. Ich hätt's links, glaub ich, holen müssen. Okay, ich hab's echt verkackt. Denn, ne, oder war's das doch nicht? Ein Haar. Ich glaub, ich verwechsel das Level doch gerade mit etwas. Ne, ich verwechsel das. Ich mein, es ist, glaub ich, in Welt 7 gewesen. Diese Musik, ich weiß gar nicht, ob die glücklich oder traurig klingt. Irgendwie so eine Mischung. Ich mein, das passt ja auch so. Ey, du hast geschafft, aber du hast nur das schlechte Ende. Deswegen gibt's ein Leben. Ist immer auch besser, als kein Leben ist, aber schlechter als mehr Leben. Okay, Pilz, Blume, One-Up, Blume. Mal sehen, ob ich mir das bis irgendwann mal gemerkt hab. Ah, Unterwasserspaß. Aber, da kommen wir auch zwei Wege. Entweder unten lang, wo hier Unterwasserspaß auch ist, oder oben, wo die ganzen Menschen sind. Ich könnte hier freiwillig wechseln. Aber ich bleib trotzdem mal bei meinem Teil hier. Wie auch immer ich da rankommen soll. Ah, okay. Hey, cool. Äh, nö, ich muss hier hoch, ne? Autsch. Okay. Okay. Da ist das Ende. Ich mein, Mario trägt ja Handschuhe in diesem Spiel, aber ich muss mir vorstellen, wie Mario ohne Handschuhe aussieht. Das müsste doch ultra creepy sein. Ich meine, klar, in der Super Nintendo-Version so, ich mein, das ist so magisch, Sprite, aber so ein hochdetailierter Mario, wo man richtig die Finger sehen kann, ohne die Handschuhe, das stelle ich mir nicht schön vor. Komischerweise. Okay, wieder mal Eis. Eines der letzten Eislevels. Oh, ja, ich erinnere mich. Genau an die Slavel. Eine coole Röhre. Äh, ranken wir nicht, die uns hochführt. Wir können sehr viel Geld verdienen. So was. So, und hier kommt erst mal dieses Gimmick. Haha. Okay, das sieht jetzt doof aus. Hier, wir können Manscha frei hauen und münzen. Äh, versuch's mir nicht. Okay, lässt es mich dann doch noch verwischen. Komisch, ne? Ich meine, Peach hat in ihrem Brief gesprochen von diesem Gimmick, aber es kommt erst im letzten Level vor. Oh, da kommen noch Levels. Auf jeden Fall kommt noch ein Schloss, aber ich glaube, das Gimmick kommt nicht mehr. Okay, wir haben hier diese... in Laufbänder praktisch. Schiebte. Okay. Jetzt in der Pool zurück. Das ist alles von begeistern. Okay, ich will trotzdem. Hier warten wir mal besser. Ah, scheiß, bin trotzdem zu langsam. Okay, ah, okay, alles gut. Okay, hier müssen wir einfach nur abwarten. Kommen alle her. Zack. Und jetzt stehen die da. Regungslos. Und auf, auf, Mr. Boss. Boah, hier ist alles von Plattformen. Das ist ein bisschen gemein. Aber kein Problem. Okay. Und das gute alte Schloss. Also das Schloss, Schloss. Okay, Mountie Maulwurf ist das auch aus Super Mario World. Okay, die Schlösser, also die Luftschlösser werden natürlich immer fieser und länger. Das erste hingegen, das war ja eigentlich nur rumstehen und warten. Hier kommen jetzt, glaube ich, ein paar gemeine Sachen von zu. Das ist mir schon kein Boden unter uns gewesen. Oh, das ist das Einzige, was hier kommt. Das weiß ich gar nicht mal. Ob hier Bullet Bills und so ein Kram kommen. Okay, auf jeden Fall Flammen. Hier hätte ich auch dicke runterfallen können. Das wäre nicht gut gewesen. Ich weiß nicht, ob über mir gerade eine Flamme ist. Den springe ich mal gerade nicht. Nö, ist aber nichts. Äh. Ich habe mich aufhalten lassen von diesem Block. Zweimal. Zweimal. Unglaublich. Ich bin tot. Und das Schiff geht jetzt weg. Ich kann jetzt immer noch hier rein, aber dann sagt er mir, ey, das Schiff ist weg. Beeil dich mal. Ach so, der sagt wirklich nur das? Ach so. Okay. Ja, okay, da habe ich mich jetzt mal ganz schön ans Bein pissen lassen. Aber vom allerfeinsten ich nehme ein Pilz. Dieses, diese Fragezeichenblöcke, die haben mich aufgehalten. Ich kam nicht dahin. Oder ich es gewusst habe, kam ich immer noch nicht dahin. Das ging einfach nicht. Das war so komisch. Ja, jetzt können wir wieder schön warten. Hier aufpassen. So. Diesmal bin ich hier oben. Ich habe extra aufgepasst, dass ich genau da in die Mitte dazwischen springe. Dass ich ja nicht wieder runterfalle. Schon echt eine gemeine Sache. Und das war es dann auch. Okay, so lange ist das ja gar nicht mehr. Das ist hier nur geheimnis-Power-up. Oh, nicht. Ich dachte, ich habe das bräuchte. Aber ich wollte es mal wissen. Okay, wir haben den guten Mann hier, der auf Bällen unterwegs ist. Und... Oh, fuck. Ey, der macht mich fertig. Nein, nein, nein. Keiner von euch macht mich fertig. Okay. Gut, dass ich voll bewaffnet hier rein bin. Dadurch konnte ich auch gewinnen. Okay, die Könige sehen immer folgte aus. Kein Warten. Danke, dass du mich geändert hast. Ich bin jetzt wieder, was ich mal irgendwie gewesen bin. Hier ist so ein Brief von der Prinzessin. Hier ist es dir. Wie geht es dir. Vielen Dank.